Karfreitag 2022 ist ein heiliger Tag, Good Friday, wie man auf Englisch sagt, aber es ist das Gute an diesem Karfreitag. Das ist das höchste Bedrängnis. Wir erleben eine Vielzahl von Krisen und vor allem diesen dämonischen Krieg in der Mitte Europas. Das Gute an diesem Karfreitag, wie an jedem heiligen Karfreitag, ist, dass wir an einen Gott glauben dürfen, dem kein menschlicher Abgrund unbekannt wäre. Am Kreuz hat Jesus alles durchlebt, was es an Lüge, an Entfremdung, an Bosheit, an Aggression gibt. Aber er hat das angenommen, aufgenommen, darauf geantwortet in einer Art und Weise, die göttlich ist. Nur Gott kann mit Liebe auf diese Abgründe des Bösen antworten. Und so gibt es mit dem Karfreitag einen Korridor der Hoffnung, einen Korridor der Zuversicht, dass neues Leben wieder möglich ist. Dass die Bosheit, das Böse in vielfältiger Gestalt eben nicht das letzte Wort hat. Ein Korridor der Zuversicht, auch ein Korridor der Vergebung, weil Jesus jedem Menschen einen neuen Beginn schenkt. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen, was auch immer Ihre persönlichen Anliegen, Verwundungen sind und was Sie solidarisch an Verwundungen dieser Zeit mit hereinnehmen heute ins Gebet. Einen guten und gesegneten Karfreitag.